Wie wird mein Empfinden untersucht? Bei der Oberflächensensibilität testen Sie zum Beispiel Berührung, Druck. Wie wird das wahrgenommen? Wird zum Beispiel Druck als Schmerz wahrgenommen? Man würde das als Allodonie bezeichnen. Sie testen die Temperatur, Kälte, Wärme. Da kann man unterschiedliche Gefäße verwenden, die mit warm und kalt gefüllt sind. Aber ganz einfach den Reflexhammer, den ich bei der neurologischen Untersuchung immer dabei habe, der als kalt gilt. Und zum Beispiel das Holzstäbchen, einen Holzspatel oder etwas aus Plastik, das es nicht kalt gilt zum Differenzieren. Schmerz durchsetzen einfacher Schmerzreize. Das wäre die Oberflächensensibilität. Die Tiefensensibilität können Sie testen, indem Sie Spitz-Stumpf-Diskrimination, etwas Spitzes von einem Stumpfen unterscheiden lassen. In dem zum Beispiel Zahlen und Buchstaben auf der Körperoberfläche der Patientin, des Patienten vom Arzt geschrieben werden. Und das muss der Patient, die Patientin ohne hinzustauen erkennen können. Er muss auch diese Zweipunktdiskrimination, zwei Punkte voneinander, die im nahen Abstand gesetzt werden, erkennen können. Er muss Gelenksstellungen erkennen können, ohne dass er hinschaut. Zum Beispiel nehme ich die dritte Zehe. Der Patient schaut an die Decke. Ich sage, welche Zehe habe ich gerade in der Hand? Gehe ich mit der Zehe jetzt rauf, gehe ich runter? Das sind solche Sachen. Wenn ich weitergehe, können das einfache Dinge sein, wo der Patient im Bett sitzt. Zum Beispiel der Finger-Nase-Versuch, wo er eben ausholend zur Nase fahren muss, wo ich Hinweise finde, dass was gestört sein können. Oder der Knie-Hake-Versuch, wo der Patient mit seiner Ferse das Schienbein vom Knie bis runter zu den Sprunggelenken und wieder rauf, auf und ab fahren muss. Dann gibt es Versuche im Stehen. Da gibt es zum Beispiel den Romberg-Versuch, wo ich mit nach vorne ausgestreckten Armen stehe und gerade stehen muss, bei geschlossenen Augen. Und den Unterberger-Tret-Versuch, wo ich gleichzeitig am Stand marschiere und wo man unterschiedlichste, nicht nur die Polyneuropa, die unterschiedlichste Koordinationsstörungen, die im Gesamten das Koordination letztendlich bewirkende sensormotorische System zusammenwirken, identifizieren kann. Und dann gibt es entsprechende Geh-Versuche. Gehen mit geschlossenen Augen, der sogenannte Blindgang, Gehen auf einer Linie, Liniengang und, und, und. Wie werden die Reflexe überprüft? Ihre Muskeleigenreflexe testet die Ärztin der Arzt unter Zuhilfenahme eines Reflexhammers. Sie sitzen entspannt und der Reflexhammer wird auf die den Reflex auslösende Sehne letzten Endes geschlagen. Und dieser Kontakt löst eine Muskelkontraktion, der Muskel zieht sich zusammen aus. Das betrifft die diesem Segment entsprechenden Nerven. Wenn ich also zum Beispiel auf den Batellarsehnenreflex fokussiere, auf die Kniescheibensehne direkt unter dem Knie schlage, wird sich jetzt bei mir, beim Sitzenden praktisch das Bein strecken. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Das passiert auch, wenn ich auf die Achillessehne schlage mit dem Reflexhammer. Dadurch senkt sich, beuge ich praktisch in den Sprunggelenken, beim einen mehr, beim anderen weniger. Wenn das deutlich abgeschwächt ist, ist das ein deutlicher Hinweis auf eine Polyneuropathie, typischerweise bei der Achillessehne, beim sogenannten Achillessehnenreflex. Diese Reflexe können auch ausbleiben. Wie wird der Gleichgewichtssinn untersucht? Die Untersuchung des Gleichgewichtssinnens beginnt wieder mit der Befragung, hat sich was geändert mit Ihrer Gangssicherheit, haben Sie Schwindelgefühle, ähnliches. Dann die körperliche Untersuchung mit einfachen Untersuchungen, die Sie schon im Bett letzten Endes durchführen können, aber typischerweise im Stehen mit geschlossenen Augen, beim Marschieren im Stehen, aber auch beim Gehen über eine Linie, beim Gehen mit geschlossenen Augen. Dann gibt es typische Scores, also Tests, den sogenannten TINETTI-Test zum Beispiel. Da gibt es eine Balanceprobe und eine G-Probe. Das sind internationale klassifizierte Tests, die auch in Studien verwendet werden, womit damit eine Vergleichbarkeit über sozusagen die ganze Welt erreicht werden kann. Ich als Arzt erkenne, indem ich Sie frage, hören Sie in letzter Zeit schlechter, sehen Sie in letzter Zeit schlechter, durch Ihre Antwort, da hat sich was verändert. Ich merke es auch bei der Untersuchung, es gibt ganz einfache Tests, dass man das neben der körperlichen Untersuchung miterheben kann, ohne dass die Patientin, der Patient das bewusst merkt, dass man eigentlich gleichzeitig den Gesichtssinn, also das Sehen und das Hören mit untersucht. Und der nächste Weg ist natürlich der Weg zur Augenärztin, zum Augenarzt bezüglich des Sehens und zum HNO-Arzt, zur HNO-Ärztin bezüglich des Hörens und auch häufig des Gleichgewichts. Also geht es unter der Schlüsse, die zu rechnen, Rechnen zu sprechen, wenn Sie in der Schlüsse bekommen sind, wir müssen in der Schlüsse bekommen und hier aufhören, wir müssen in der Schlüsse bekommen. Und das sind die Schlüsse bekommen,